Hallo liebe Pixies und Pixies, mein Name ist der H und herzlich willkommen zu Park Board Kings. So, wir versuchen Geld aufzutreiben, Reputationen zu steigern und ein Turnier abzuhalten. Das alles jetzt. So, wollen wir erstmal seinen Tag beenden? Beenden. Achso, und wir müssen vielleicht mal gucken, dass wir teure Karten loswerden. Was ist denn hier in teuren Karten? Ich habe gar keinen Billig. Na gut, okay, doch, also den werden wir los. Da wollen wir vielleicht noch jemanden drauf haben. Soll ich jetzt reiben? Ich würde mal sagen, den wollen wir noch drin haben. Das war's und dann wählen wir immer mal den Tag. Und dann schauen wir doch mal. Mhm. Mhm. Mhm, 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 mhm. Nur ist, dass man nicht angezeigt bekommt, wie lange so ein Effekt anhält. Also ich weiß, dass es so einen Effekt gibt, aber ich weiß leider nie, wie lange der anhält. Okay, kann ich jetzt mal... Ich kann echt keine Booster Packs kaufen. Was soll denn das? Oh, wie kann ich denn? Wenn ich es nicht besitze, kann ich es nicht mehr angucken. Okay. Jetzt macht die Karte natürlich noch wertvoller. Okay, versuchen wir mal. Was machen wir dann echt, wie ich es brauche? Also ich packe es halt nicht, dass ich halt jetzt hier ernsthaft dieses Shopgoal nicht schaffe, weil mir halt keine Booster längst verkauft werden. Oh, voll Jaguarma, Sticky Fingers, Tame Implama. Warlock Worlds. Ey, wie findet ihr das? Oh, nee. Das ist ein Fortschritt. Uh, ich kann es nicht machen. Ich weiß nicht. Das ist ein Beste. Es ist hier. Der ist hier. Ich weiß. Dieser Herr Held. Denn du kannst das nicht zur Karte einfach machen. Is ours two three! And I said kill him! Dunno about murder, but I'm down to sue him. I thought you liked tournaments. That's exactly what he wants. Francis. You sue him, he drags it out, it gets really expensive, he swears you down, you cave. Same outcome, only you get broke. You might as well give in. You are a cave, you're really expensive. You are the same outcome. You are the same outcome. Hmm... Yo! What? So you think we should just give in now and say huh? No. How's the tournament? It's a bigger risk for him than for you. You could also wind up owning the legendary cards. Not a bad consolation prize for swallowing your pride. I guess. Thanks Francis! Okay. Mhm. Mhm. Let's do it now. Let's do it now. Let's do it now, how I put it in the card. Let's do it now. Let's do it now. Ah. It's a bit different. Let's do it now. Let's do it now. Let's do it now. Let's do it now. Good, 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 good. Ja, Senpai, es ist schon wieder. Was am I going to do? I need something that no one else has studied. What about the legendary cards? Legendary cards? Where can I find them? I have one right here. What? This is Thai writing. I can finally make it out. How did you get this? A camp Spanish thief flew through the window and forced it onto me. That's insane. This is exactly what I should write on my thesis. I have to go, thanks. Okay. What? Why did I say that? What is happening here? Okay, so, I will use the time. A collection. There we go. I have a card collected. Okay. Okay. So, there are always 12 cards per edition. That can still be pretty cheap. Well, that was it. We've all looked at the news. Let's say, turn in for the night. The price of a booster pack is determined by the market price of that set. 5. 5. 7. 6. 7. 9. 9. 11. 11. 12. 13. 14. so. Es reicht also, dass ich die Booster Packs gekauft habe. Da ist er wieder, der Frick, der einfach meinen Laden kaufen wollte. Und jetzt macht er so einen Scheiß. Ich verstehe nicht, was er hat. So, first, I want to apologize, I didn't want to spring anything on you, but I told you I needed to move fast. Look, your father and I. Just get it out, Malar. Stop talking about his death, you watcher. Come now, Giuseppe, that's rich. Okay. Let's move. Yep, I know. Oh, da ist er. Erflerhorch. Hello, sehr. I've made an attempt at the deck building and I hope you might hit me deduce which of the two's death. Okay. Ja, okay, also erstmal gleich viele Farben. Okay. So, 1, 2, 3 Legendary ist anders auch. Also Brain könnte halt jetzt besser sein als Braun. Hier sind ein paar... ...as ich sette mein... ...big X. ...big X. Noelle fought battle by having higher power, countering the other deck's ability. Delightful. Delightful. I love how your brain works. Thank you. How things? Erflerhorch. I'm feeling vibrant today. How are you? I'm doing well. Thanks. That's good. That's good. I love how you keep this shop. That you have such control over your livelihood. Not really. Oh, no. Don't tell me this. I have such a picturesque vision of you and your life. We are kinder at the whim of corporations. Oh, darling. This breaks my heart. Be proud of the passion you and the others have. Economics can get you down. I do love my work, but I wish you could spend a day in my shoes. It just upsets me how often I'm reminded that it's all a job. Even my face is my job. So much of your shop, your work is ephemeral. It's love. Do I make sense? Do I make sense? Aha. Yeah, I feel you. Tschüss. 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 Ok. Dach kommt die, bevor wir nicht aufbauen. Tschüss. Vorher vor kommt uns mal her. Na, immerhin kriegt man mal so Geld. Ich bin so nage vor die Reputation zu steigern. A black card with power 7 and more. Wie viel will er mir geben? Acht. Hey, gibt's ne ne schwarze Karte mit sieben oder mehr. Die weniger als 8,60 kostet. Wo, wo. Also, die ist nur 6. Ist ja shiny. Hm. Na toll. Na toll, na toll, na toll. Na gut. Okay, wem was an. Machen wir mal weiter. Okay, da kommt der Morgen. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Clear and Sail, Boostedraft. Okay. Na, das passt auch ganz gut alles zusammen. Karten sammeln. Steigt. Und dann gehen wir mal los. Okay. Okay. Wir sollten jetzt erst hier reingucken. Okay, Beauty Ability geht runter. Geht hoch, geht runter. Das ist also für zwei Tage der. Okay, dann müssen wir mal gucken. Eine schwarze Karte mit Power 7 oder mehr. Ohne dass ich horrenden Verlust mache. Na gut. Ich bin auch vor, niemandem etwas zu sagen. Ich habe gerade nichts zu machen. Achso. Ah. Da kommt der her. Na, das könnte mir flirten gehen da durch. Oh, da ist ein Text. Ja, 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 wir kennen das ja schon. Card-Price runter, Reputation hoch. Track-Customers, nehmen wir das. Was sind das, ob ich es nicht mehr. Anyway, I've got a crack on, I'll be back next week, or whenever you finish your shop, go! Süden. Sieht doof aus, das sieht cooler aus. Da haben wir, das ist so cool. Ja, 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 ja. Warnein, warnein. Warnein. Uh-huh, warnein. Gut ly ballistic! Ja, das ist das Name. Ich habe noch nicht aufgerüstet. Ja, das klappt. Hm, okay. Ich denke, du willst das mit Shishiko tradeieren. Oh yes! Booster Packs! Yes. Oooh! Leider auf der Band ist, aber er hat wieder runtergenommen, während ich ihn mitbekommen habe. Die hat halt 7, aber die ist halt nicht schwarz. Das können wir mal hier rauf tun. Wann wird angekündigt, dass... Ah ja. Wir können schon mal den hier raushauen. Okay, und dann würde ich sagen, wechseln wir in die nächste Runde. Und das schaffe ich nicht mehr. Das ist ja blöd. Jetzt kriege ich mal die Bär für ein bisschen Karte. Also wirklich. Okay. Wir bringen Karte erst runter, aber ich will jetzt nicht. Karte cannot remove from the binders. It's a law. Okay, also nur EINEN. Eine Karte wird mal rein tun und dann immer gucken. Oh. Okay. Die beiden gruseligen Typen. Okay. Okay. Und weg. Wechseln wir mal rein. Wechseln wir jetzt mal einen stärkeren spanischen Akzent auflegen. Okay. Report thieves are targeting beauty cards. Okay. Burger place include free black cards. Und Rume. Aha. Also Conception cards können noch mal werden. Boah. All good things is richtig teuer als Booster. Boah. Alter, ey. Also ich glaube immer noch, dass Booster sich gut lohnt. Sollte ich erstmal gucken. Boah. Die Karte ist halt echt teuer. Also diese... Ach. Es gibt aber auch keine schwarze Karte mit 7, oder? Ach. Na gut. Nehmen wir erst mal... 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 Was raus. Nehmen wir erst mal nur das. Dann gucken wir mal wie der Tag so läuft. Ja ja... Das schaffe ich wohl nicht mehr. Er wird wohl nichts. Da kommt... Die Dame. Und dem Cyber aus. Hey. Hey. Something dropped this Bone Raven last night. Do you want it? Sounds good. Oh, thanks. I fought a monster last night and before I ended him, he screamed the name Mitra. I remember now, the magical book I found, it called itself Mitra. Mitra? I've sent so many monsters to the Shadow Realm because of that book. I've gotten so used to this life. Just remember. I was attacked by monsters, you dickhead. The name Mitra clearly doesn't mean anything to you, so don't worry about it. Wait. So, and now... The Bone Raven. Time to fix those victims. Yes, and here we have now the... Inter-reputation! Okay. Okay. Gas. Hmm. Brain Cargo for free or more. Okay, das sollte doch machbar bleiben. Okay, das ist nochmal so. Brain. Oh, ich würd sie mal gut sehen, selbst die Idee. Dann können wir noch mehr Booster shoppen. Ja, also gerade am Anfang, wie man es sich leisten kann, sollte man auf jeden Fall Booster Packs shoppen. So, dann gucken wir uns mal unseren Kalender mit an. So, morgen ist dann wieder Booster Draft und danach ist Clearance und wir haben ja 1,2,3, wie viel haben wir eigentlich bei dem Game Cell waren es 30, ne, 1,2,3,4,5,6,7, plus die Booster Packs, wann kommen die an? Mit der Mail, tomorrow, ah ja, new set releasing, beauty decrease. Und ja, ach ja, er kommt morgen auch, nachts doch. Fantastisch! Aber, das sehen wir dann erst im nächsten Video, würde ich sagen. Ja, das war wieder erfolgreich, wir haben jetzt richtig Geld. Wir kriegen jetzt drei Booster Packs da sogar von der All Things Good Edition, die scheinen ja sowieso immer recht wertvoll zu sein, die Karten. Also da lohnt sich, denke ich, das Booster Pack so oder so. Ja, und dann müssen wir mal gucken, wie das so weitergeht, auch mit diesem Dieb und dem Malon. Die scheinen zusammen zu arbeiten, aber sich nicht alles zu sagen. Der Dieb hat dem Malon nicht gesagt, dass wir auf die Legendary Card aufpassen. Und es wird ein Turnier stattfinden bei uns im Laden, nicht auf unsere Kosten, was ja schon mal nicht schlecht ist. Aber die drei Millionen hat er doch niemals, oder? Also ich meine, das wäre schon krass. Naja, auf jeden Fall auch keine Legendary Card. Hm, das bleibt mysteriös, sowohl finanziell, als auch mit den Sammlungen, als auch was mein Vater betrifft, diesen Malon und der Kampf gegen die Companies. In diesem Sinne, wir hören uns gleich in der Endcard. Wir sehen uns im nächsten Video und viel Spaß und Glück beim Booster Pack öffnen. Wünscht euch euer Aha. Willkommen auf der Endcard. Ihr seid dem Herz der Karten bis hierhin gefolgt, um oben links ein weiteres Video zu sehen, oben rechts meinen Kanal zu abonnieren, neuste Trailer unten rechts zu finden und meine Shorts Playlist unten links.